Hei Leute, hier wieder euer DOSO mit Let's Play Geeservo 3 angezockt und wir müssen da wieder einen Weg hinauffinden ans Deck. Und dazu müssen wir da durch, so wie es aussieht. Ja, klar. Okay. Aufpassen! Vorsicht, Erdrück schlägt das Deck! Ich will auch einmal eine Granate werfen, ja? Ja, genau so, ja? Vielleicht raus! Ja, kommt er gut. Das ist vielleicht ein blödes Vieh. Diese kleine Krabbeltiere. Oh, lieber! Lasst uns in Ruhe... Das gibt's doch nicht klar. Er weißt sich durch den Rumpf! Er weißt sich durch den Rumpf! Nicht so schnell! Ich will den Rumpf! 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 So, wir müssen da rein. Ja, klar. Ah, wir sind voll. Wir laden da mal nach. Und auf geht's. Wir brauchen eine größere Peitsche. Nehmen wir die zwei Silberbacks von der Wachtungsrampel. Zwei Silberbacks von der Wachtungsrampel. Cool. Mach! Weg hier, das Ding, mach du. Und wir laufen da schnell. Aber wie schnell. Okay, die zwei Silberbacks sind hier drin. Öffnen wir mal die Tür. Aha, wir müssen da her. Okay. Also, wir kämpfen jetzt gegen das Riesenvieh. Ist ja nicht schlecht. Dann leuchtet man. Ah, das brauchen wir jetzt nicht, ja? Okay. Ich nehm den hier. Oh, das wird ein Spaß. So, laufen können wir. Dann, äh, Raketenmodus. Oh, das schätzen wir fest, oder? Aha. Wir müssen da rauf. No, gut. Oh mein Gott! Da kommt er! Da kommt er! Haltet ihn vom Schiff fern! Los, pumpen wir ihn vollbleib! Zieh ihn auf die Augen! Feuert weiter, bis er sich bewegt! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh oh oh. Wie liebend die Herpatz da schon mit der Steuerung, gell, Leute? Er verschnauft bestimmt nur mal kurz. Kommt schon! Nach vorn damit! Schießt weiter! Oh, scheiße. Wir sitzen in der Falle. Das Ding ist mühker als das Aufsehen. Wir müssen ihn direkt unter die Brücke locken. Schießt weiter! Gleich ist es soweit. Weiter feuern! Oh, tut mir leid. Hat das nie? Polyp! Da! Er ist direkt unter der Brücke! Jetzt oder nie, Marcus! Goal, wir haben hier einen mies gelandeten Leviathan. Seid ihr bereit? Jo! Gib uns ne Minute! Ah, sagbar, wer soll es nur hochjagen und keine verdammte Symphonie komponieren! Wir haben hier unsere eigenen Probleme! Arsch! Ach, du bist keine Frau! Jetzt mach mal hin! Sonst holst du uns hier im Blechsark raus! Hey! Geht besser in Deckung! Sonst schwimmen eure Ärsche gleich in Leuchtshose. Okay, Leute. Yo, Wandenlohn! Unter Indeckung, Desk. Der wirft Decken ab! Was zum Teufel denkt der sich? Lauf! Hey, ich dachte euch würde ein Kampf von Maden gegen Leuchtviecher amüsieren. Ja, verdammt lustig! Du Genie, hier hat's das ganze Schiff in die Luft! Decker! Springt! Wow. Ja, das war's. Haben wir überlebt? Haben wir überlebt? Ja, eine Stunde zuvor. Kontrollpunkt, Leute, wir haben überlebt. Na, Gott sei Dank. Also, für meine Nerven ist das nicht... Hey, Carmine, alles klar? Du bist verdammt ruhig. Es kann nur einer reden. Das Bär plappert doch ohne Pause. Ich kann ihn knebeln, wenn du willst. Wollte ich gern tun. Das möchte ich sehen. Warum dachten wir gleich nochmal, dass man in Hanover nach Vorräten suchen sollte? Baby, vertrau dem Coltrane, um die Schätze zu finden. Das ist mein Gebiet. Cougars Territorium. Ja, ja. Als ob das gerade viel ausmacht. Okay, 7, 0. Wir melden uns, wenn wir was finden. Roger, gute Jagd. Kohl's ehemalige Heimatstadt. Okidoki, Leute. 14.27 Uhr. Ja. Gut, Leute. Das war's vorerst einmal für angezockt. Wenn ihr wollt, dass ich das weiterspiele, müsst ihr einfach nur in euren Kommentars reinschreiben. In eure Kommentare. Und ja, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin da hin und weg. Die Grafik ist super. Das Gameplay ist auch super. Die Steuerung finde ich auch einigermaßen ansprechend. Die Ideen dahinter sind auch echt toll. Und ja. Ich zocke es vielleicht ab und an weiter. Wenn ich die Nerven dazu habe. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, dann macht ein Abo. Wenn nicht, dann sagt ihr nicht weiter. Und wir sehen uns vielleicht dann gleich beim nächsten Video. Euer Toso. Ciao.